Wir fangen an mit dem Video von Sascha. Äh, Instagram DMs, die haben ballin, ballin sind. Let's go, Digga, auf geht's. Achtung, 3, 2, 1. Oha, Digga. Heute ist wieder so... Ah, yo, okay. Soweit, heute hat mir Luca mal wieder Instagram DMs zukommen lassen. Das heißt, auch heute spielen wir mal wieder eine Runde Basketball. Jetzt schon mal ein dickes F an alle gefallenen Brüder. Digga, jedes Mal, jedes Mal. Ich hab noch nie einer Frau auf Instagram geschrieben, weil ich einfach weiß, ich würde nur einen Korb bekommen. Ich bin sehr gespannt, was für Anmachen heute gezündet worden sind. Wie groß bist du? 1,87. Aja, und Niko. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Hey, erstmal sorry, dass ich dich einfach so anschreibe, aber könnte ich dich was fragen? Frag los. Also ich will ja nicht doof von der Seite kommen. Also ich beschäftige mich mit einem Business, worum es hauptsächlich um Fitness, Muskeln aufbauen, abnehmen, etc. geht. Das Schöne daran ist, man hilft nicht nur anderen Menschen, sondern kann dabei Geld verdienen. Klingt das für dich interessant? Das klingt 1 zu 1 nach eventueller Prostitution von Minderjährigen, Digga. Da bin ich ganz schnell raus. Schade, dachte du willst bo... Und damit herzlich willkommen zu Instagram DMs. Ah, ja gut. Mein Name ist Sascha Hellinger und ich begleite Sie heute durch den Abend. Hey, hey, willst... Wer schreibt denn hey so, hey, hey. ...zu schreiben? Nicht unbedingt. Du weißt schon, wer ich bin. Nee, wer? Wenn der Chat... Wenn der Chat jetzt hier... Wenn der Chat jetzt hier mir kommt... ...mit Zimp... ...wegen meiner Cousine auf Instagram... ...dann dreh ich durch. Hört einfach auf damit. Grüße gehen raus an den Jeddick. Wenn nicht mal deine Cousine Bock hat, mit dir zu schreiben... ...dann frage ich mich, ob das in der Zukunft überhaupt was werden kann. Hey! Ach du Scheiße. Was geht? Siebter Buchstabe im Alphabet. A, B, C... Digga, ich muss genauso nachzählen. D, E, F, G. Oh, was geht? G. 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 A, B, G. Ach, G. Oh, 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 oh. Ey, der ist so schlecht, Luca. Bro, was ist los bei dir? Send Nudes. Ach, du Scheiße, Digga. Oh, ja, Mann. Seid ehrlich, wer würde auch. Hab ich gerade auch gesagt? Hey, bist du das heutige Datum? Wieso, haha? Weil du bist eine 10 von 10. Gut, das war... ...schwierig. Ich glaube, du bist das heutige Datum. Warum? Welthundtag. Ah. Au, scheiße. Hat der jetzt die... Oh, Digga, der Arme. Bekommen oder nicht? Mein Hund ist weggelaufen. Würde ich bei dir auch machen. Autsch. Leute, das ist echt hart. Wenn nicht mal ein Hund hilft, dann würde ich es lieber doch bei der Cousine probieren. Hi. Na du, Praline? Hast du schon eine Füllung? Digga, das kann... Digga, wer sowas schreibt... Wer sowas... Also... Zum Glück hätte ich gute Chancen. Digga, was ein krasses Bild, Digga. Hey, du hast echt schöne Augen. Ich habe eine Playlist für dich erstellt. Komm, einmal gönnen. Würde mich freuen, wenn du mal reinhörst. Für die beste Anmache, die ich je bekommen habe, dann schreibe ich dir mal direkt auf WhatsApp. Es hat einfach geklappt. Can I get your number? Oh. Oh. Der smarte Boss, Digga. Der smarte Boss. Einen Anmachspruch gebracht, den es schon 400.000 Mal gibt, der bei mir trotzdem nicht funktioniert hat. Er. Der Bruder hat die Playlist des Jahrhunderts rausgezündet. Und zur Feier des Tages habe ich diesen Link für euch abgetippt und unten in die Videobeschreibung reingepackt. An alle, die mit dieser Playlist noch irgendwo reinschreiben in der DM. Viel Glück. Ich will kurz deine DMs, damit ich besser slideen kann. Ja, was ist? Wollen wir Wahrheit oder Pflicht spielen? Ja, okay, fang du an. Okay, nehme Pflicht. Ah. Der Geil. Das ist einfach nur unangenehm. Die armen Jungs, die armen Jungs. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Leute, benutzt einfach die Arme-Mache mit dem Playlist-Link. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim auch noch Instagram DMs rumgefahren habt, dann sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Von Luca geht ein Kuss raus. Falls ihr meinen Kanal und SympathischTV noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wenn, weißt du, wenn irgendwas startet und sofort losgeschrien wird? Chat, mögt ihr das? Dass ihr was anmacht und da wird gleich geschrien. Du wirst gleich angeschrien und angegrüllt. Es ist doch scheiße. Jedes Video von Knossi, oder? Sowas würde ich doch schon aus Prinzip nicht gucken, den Rotz. Ja, Digga, reden wir nicht drüber, Jens. Reden wir nicht drüber.